Vor vier Jahren begann das Projekt MadStep. Verrückte Schritte ist die sinngemäße Übersetzung und auch das Motto, welches mich seit dem ersten Tag Woche für Woche, Monat für Monat antrieb. Startschwierigkeiten hat jedes Projekt. Aber auch ich musste wirklich viel lernen. Höhen und Tiefen, Teamwechsel, Hürden, die unüberwindbar schienen und oft die Frage, warum tue ich mir das an. Genau für diesen Tag, als nach ca. zwei Jahren Jude zum Team MadStep dazu kam. Die Musik verknüpft Menschen. Wir dürfen Teil von vielen Geschichten sein und glückliche Augen herbeizaubern. Und genau darauf sind wir stolz. Viele vergessen, was es bedeutet, eine Live-Show zu spielen, mit Live-Instrumenten auf der Bühne zu stehen. Wenn wir dann den Auftritt starten, gehen uns tausend Fragen durch den Kopf. Wir sind nervös. Klappt alles mit der Technik? Werden die Leute es gut finden? Trotz allendem kämpfen wir für unser Ziel. Doch was ist denn unser Ziel? Grenzen lassen sich verschieben. Mit viel Arbeit lässt sich auch Glück gewissermaßen provozieren. Wir versuchen, aus unserer Begeisterung Sachen zu erschaffen und Menschen mitzureißen. Wir träumen, wir machen verrückte Sachen, aber auch heute noch Fehler. Die Liebe zum Projekt ist, glaube ich, unser größter Motor. Doch was geht denn jetzt nun zu Ende? Also wir nennen es MadStep 1.0. Denn hätte uns im Januar irgendjemand gefragt, was denn dieses Jahr uns alles so erwarten würde, hätten wir geantwortet, ein paar Auftritte oder so. Doch bis heute hat sich da echt ziemlich viel geändert. Ob MadStep dieses Jahr alles übertrifft, was wir uns je vorgestellt haben? Ganz klares Ja. Ob uns auch manchmal die Situationen ganz schön fordern? Ja, auf jeden Fall, aber es macht einfach auch super viel Spaß. Meine Güte, was durften wir dieses Jahr schon alles erleben? Sputniks Brimbrek Mainstage? Wir haben bei den Medimeisterschaften gespielt. 15.000 Leute haben uns da zugejubelt. Unglaublich. Aber auch das VW-Treffen auf einem Flugplatz vor einem riesigen Publikum. Um nur ein paar zu nennen. Denn mit eurer Hilfe haben wir diesen Sommer unvergesslich gemacht. Jetzt müssen wir euch aber mitteilen, MadStep 1.0 ist zu Ende. Denn es startet MadStep 2.0. Wir müssen euch sagen, wir spielen auf dem... Das war das für ein kranker Scheiß. Das war richtig viel Müll. Aber das sieht auf der Aufnahme bestimmt geil aus. Hilfe. Das war so ein bisschen mehr Feinstaub. Gott, ey, ich werde nicht... Vielen Dank.